Heute macht ihr das Sonnendring, ja? Na Nöhnchen, hast du wieder geschafft einzubrechen, du Süßbär? Warum zittert denn dein Flügel dann noch, so ist es aufregend, ja? Äh, Nöhnchen, den Toffi lass bitte in Ruhe, ja? Da ist noch genug Platz für dich zum Kuscheln. Dankeschön. Prima, prima, mach dir das. So, und du, Moni Moseball? Kein Bock? Du auch woanders? Hast du dir da gesichert? Ah, wenn du nachher wieder wach bist, ja, zum Spielen? Na gut. Dann ruht mal jetzt bitte ein bisschen. Du jetzt auch, Moni, ruhen, hm? Irgendwohin knatschen. Ja, wohl bloß, ne? So schwiegend, schade. Na, du wirst schon was finden. Noi. ... ... ... Vielen Dank.